Scheiß Facebook-Veranstaltung. Wer ist der? Peter? Holz? Nee, der ist doch schwarz. Ich glaube, Paul. Becker oder so. Ich kenn den gar nicht, aber er hier steht. Ey, guck mal! Bier? Ein Prime World! Ja, ist der Mann auf dem Wendt. Ja, ist der Mann auf dem Wendt. Ja, ist der Mann auf dem Wendt. Komm, fär die Hände gegen die aus dem Wendt. Brück und Spilo, drück ihn täglich. Dein Oberkörper, fast schon eklig. Eiweiß, Shake und Proteine. Ballastoff, Heidi, die geile Biene. Yeah, Becker, der Mann mit dem Koks ist da. Weiße Steine, teures Pulver. Ist das nicht wunderbar? Wie Testsfotos immer posten. Bitte zeig uns deinen Körper. Dein Oberkörperumfang ist jetzt echt schon mega Mörder. Mit nur Trollen, Novo, nein. Eckers Wante, ganz schön fein. Bitches hier, Autos da, es darf gern ein Golf 3 sein. Scheiße, was ist mit der Manzipuppe? Immer. Wer ist immer ein Pumpe? Wer ist immer ein Pumpe? Wer ist immer ein Pumpe? Kommt, der die Welt, die, 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 die. Busser, Skoppen, East Coast Customs. Harte Typen, harte Masse. Schnappt die Wirtschaft wie sein Vater? Wurstgeschirr und heiße Chai. Zeig ihn Heidi und sie feiert. Wie dem Party nicht mehr Wodka da, soll einer Feuerklapp. Heute gibt es keine Steine, luden mit Bösel. Ey Jack, warum schießt du dich ein? Hör auf, dich am Bäckers Geburtstagsgeschenk zu vergehen. Die Welt soll heute untergehen. Diese Party, ah, ist alles scheiße. Die Party wird eh scheiße. Lass mal Fevo. Jawohl. Wer ist immer ein Pumpe? Wer ist immer ein Pumpe? Wer ist immer ein Pumpe? Komm her, die Welt, die Jungs in mir